Denn die Hamburger spielen im 4-1-4-1-System, vorne mit Ito, mit Jan-Fiete Arp, mit Luis Holpi, mit Khaled Naray, der zuletzt so stark war. Und dann im Mittelfeld zentral defensiv Orel Mangala kam neu als Laie vom VfB Stuttgart. Und hinten Lacroix, werden Sie vielleicht auch nicht so gut kennen, der kam als Laie vom AS Saint-Étienne. Sakai ist klar und Wanyoman auf der linken verteidigt, nicht im Tor, sondern sein Nachfolger Manuel Neuer. Ja, und die Bayern hinten mit einer interessanten Aufstellung und deswegen wird das auch, glaube ich, ganz spannend, wie die Bayern hinten agieren werden gegen den Topsturm der Hamburger. Das sind mit Mihailiwitsch, Aguccia und Köhn Nachwuchsspieler. Vorne wird es dann schon richtig gut. Coman, Rudi, Sanchez, Goretzka schauen wir gerne hin. Dann Robben und Wagner also vorne, 1A mit Sternchen und hinten wohl so eine Aufstellung für die Zukunft, warum auch nicht. Die abhutten Bayern von links nach rechts hier einen dicken Brocken Selbstvertrauen. Also wie gesagt, stark da vorne mit Ito. Und er kommt nicht zum Schuss. Aurel, schön gemacht, sehr offensiv am Anfang. Wanyoman, wieder hier der Ball und die erste Möglichkeit. Und tolle Fußabwehr gegen Luis Holpi, Manuel Neuer. Und nochmal die dicke Möglichkeit und der linke Fuß, das linke Bein von Manuel Neuer, das da stark hier. Und die Möglichkeit für die Münchner. Also, Anfangsphase, zwei dicke Möglichkeiten. Sandro Wagner. Blenden vorbereitet von Robben. 13 Punkte geholt. Das war aller Ehren wert, hat aber noch nicht gereicht. Und Robben mit seinem starken Linken, nachdem Tom Mittel den Ball nach vorne abgewehrt hat, war nicht so doll. Niko Kovac, wie gesagt, von 99 bis 2001 in Hamburg. Genau wie auch sein Boss, Salihamidzic, der Jo, come on. Kingsley, come on. Der so gut drauf war in der letzten Saison und sich dann im Februar diesen Sündesmo. Deswegen die Möglichkeit über Arp. Und da unten, das finde ich ganz schön, Rafinha, der gerade Richtung Sanchez geklatscht hat. Weitermachen war da ein Bock, aber macht nichts. Nichts, wenn sie ein auf die Partien, Moment mal, Robben, so wie er ist. Von rechts nach links und dann rechts vorbei. Also, morgen 18.30 Uhr, Volkswagen Pokalfieber. Die Bayern müssen ja gegen Krauchtersen ran und die Hamburger gegen Erntebrück. Das sind jetzt keine monsterschweren Aufgaben. Das sind schon gewaltige Zahlen. Schön gemacht. Klassen Schuss von Khaled Narei. In Deutschland geboren, Togolese. Der hat beim letzten Spiel, beim 3 zu 0 Sieg gegen Sandhausen, zwei Buden gemacht. In Russland auch nur ein Einsatz. Und Holtby! Und, und, da ist das 1 zu 0. Holtby auf Narei und genau 24 Minuten gespielt. 1 zu 0 ASV. Und Sakai vorbei und Elfmeter. Naja, ganz zu spät. Hat dann noch Sliding Technik versucht, Sakai, aber schauen wir nochmal nach, der Ex-Nationalspieler. Das macht er aber mal ganz mit kalter Hundeschnauze. 31. Minute. Goretzka, schön! Ach, war das ein tolles Tor! Das Hackentor vom alten Schlawiner Sandro Wagner. Klasse! Goretzka, Hacke, Wagner, 2,1 41. Minute. Das war zum, ganz ehrlich, Zungeschnalzen. Schauen Sie hin! Wagner, Schati mit der 31. Und fast der Ausgleich. Jairo, Santerio. Lazoca lässt für Jairo. Und schöne Kombination zu Beginn der zweiten Halbzeit. Coman, Ribéry. Weiter geht's. Sanchez, Sanchez. Kommt da nicht mehr ran und dann wieder eine Hacke. Das wäre natürlich nett. Der Portugiese, Europameister. Und hier versucht er es und schön gerettet dann von Polersbeck. Qualitäten. Rudi mit dem Außenriss für Goretzka. Sehr schön! Das wäre ein brillantes Torgewirr. Er ärgert sich, dass es nicht zum Dribbel gereicht hat. Hier Goretzka mit der Hacke für Coman. Irgendwie haben sie auf die Hacke eingeschossen. Da war schon freie Schussbahn für Coman mit seinem Link. Und da, oje, oje, Müller erkenne ich ja wenigstens. Thiago. Und da haben wir, Thomas Müller, kurz im Bild gehabt. Das ist nämlich eine schöne Geschichte. Genau auf den Tag vor zehn Jahren begann seine Bundesliga-Karriere gegen den HSV. Nicht im Volksparkstadion, sondern in München. Aber es war auf den Tag genau vor zehn Jahren. Das ist doch eine schöne Kiste. Endstand ungewöhnlich. Schön runtergeholt, Franzke. Ribéry. Und Sanchez. Und den kann er auch reinbringen. Völlig frei mit dem Linken. Ist es nicht sein Superstarker, der Linke. Aber aus der Entfernung kann man da oben auch ins Eck reintreffen. Irgendwie wieder fangen. Wenn du ihn jetzt rausnimmst, dann fangt er wieder an, sich zu zweifeln. Yatta. Eckball. Yatta. Eckball. Kommt aus einer kapverdischen Einwandererfamilie. Und da ist das 3 zu 1 für die Münster. Der Jubiläumsmüller, der 10-jährige Müller trifft in Hamburg. 73. Minute. Ja, auch ein Thomas Müller muss sich schon anstrengen bei Niko Kovac. Da ist die Konkurrenz. Dirk C. Glück gehabt. Der wäre ihm fast durch die Beine gezwitschert. Und da ist das 4 zu 1 durch Müller. Kimmich, Ribery und Müller. Das war klasse. Nach 85 Minuten. Das war Fußballfreude.